Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es einmal um Nikola gehen und um die Aktie. Hierbei beziehe ich mich bei allen Fakten auf das Research Paper der Hindenburg Research, eine Short-Seller-Gruppe, die ein sehr spannendes Stück zu Nikola herausgebracht haben. Nun, dass jetzt hier natürlich auch Meinung und über Aktien geht, möchte ich sagen, das hier ist nur meine eigene Meinung und keine Anlageberatung. Und wirklich meiner Meinung nach ist dieses Unternehmen Nikola ein Darwin Award für euer Depot. Jeder, der sich so ein Unternehmen ins Depot holt, hat es verdient, dass seine Performance in den Keller geht. Denn hier kann man nichts Gutes an diesem Unternehmen finden. Jetzt, wo ihr diese Information schon habt, bleibt einfach für die Geschichte da, denn diese ist ziemlich lustig. Fangen wir an mit der Hauptfigur bei Nikola, Trevor Milton. Er hat das Studium abgebrochen, um eine Sicherheitsfirma zu gründen mit seinem Business-Partner. Die Firma hat er später für 300.000 Dollar verkauft, davon hat er 200.000 Dollar für sich behalten und sein Business-Partner, der 50% der Anteile hielt, hat natürlich den Rest bekommen, 100.000. Da merkt man, er hat es nicht so mit Zahlen. 100.000, 200.000 scheint für ihn 50-50 zu sein. Jedoch hat auch die Firma, die sein Sicherheitsunternehmen gekauft hat, nicht besonders gute Schnäppchen gemacht, denn er hat etwas zu viel versprochen und das könnte ein kleines Thema in diesem Video werden. Danach, wo er es gerade verkauft hatte, hat er direkt eine kleine Zeigen-Webseite für Autoverkäufe gemacht. Die ist aber gefloppt und dann ist er bei einem alternativen Kraftstoffhersteller oder Fahrsystemhersteller eingestiegen. Und nein, da reden wir nicht über Nikola, sondern über Dehybrid. Dort hat er auch sofort geschafft, einen 9%-Anteil der Firma für 2 Millionen Euro zu verkaufen und weitere 322.000 in Krediten auch noch zu bekommen. Dafür hat er dann 5 von den 10 ausgehandelten Trucks geliefert, die auch alle natürlich nicht funktionsfähig waren. Der Spannende daran ist, dass sie es sogar geschafft haben, jetzt einen 11%-Anteil im Nikola für 2 Milliarden an GM zu verkaufen. Um die 5 weiteren versprochenen Trucks zu liefern, die natürlich auch alle nicht funktionsfähig sind, hat er natürlich jetzt neue Investoren anlegen müssen und dort hat er so eine Kleinigkeit behauptet, wie zum Beispiel, dass der Vertrag über die 10 Trucks und die restlichen, wenn diese funktionsfähig sind, ungefähr einen Wert von 250 Millionen Euro hatte. Jedoch liegt dieser Vertrag Hindenburg Research vor und das waren nur 16 Millionen. Als er diese Firma am Ende natürlich an die Wand gefahren hatte, hat er die Firma komplett verkauft, bevor es alles in Flammen aufgeht. Jedoch hat er bei so ein paar Kleinigkeiten geflunkert. Das entwickelte System war im Gegensatz zu seinen Behauptungen nicht funktionsfähig. Beim Einsparungspotenzial durch diese Technologie hat er wohl genauso gut gerechnet wie die Buchführung bei Wirecard. Das hat wohl nicht gestimmt. Das könnte aber auch daran liegen, dass er bei Testfahrten die fehlenden Daten, die von den Fahrern nicht eingetragen wurden, einfach selber mit eigenen Werten aufgefüllt hat, die ihm halt gefallen haben. Nach diesem ganzen Schlamassel hat er Dehybrid Systems gegründet. Richtig, Dehybrid Systems, nicht Dehybrid. Eine neue Firma, die er später auch wieder verkauft hat. Natürlich hat er auch hier den Investoren etwas viel versprochen. Und das hat dazu geführt, dass diese schon ein paar Jahre später, und zwar im Jahr 2015, die komplette Akquisition als Verlust abgeschrieben haben. Es gibt sogar Audioaufnahmen von dieser Zeit, in der er gesagt hat, dass er im Moment durchs ganze Land reist, die Trucks zusammenschweißt, deren abfallende Teile gerade fast ein paar Menschen erschlagen haben. Nur damit dieser Deal zustande kommt. Und das sind nicht meine Worte, das sind wirklich seine Worte, die jemand so aufgenommen hat. Nun, da er die drei Rohr Capri ja gewinnbringend an dummen Investoren verkauft hat, kommt natürlich Nikola ins Spiel. Seine dritte Firma mit alternativen Kraftstoffen. Wenigstens kann man hier nicht behaupten, er hatte keine Erfahrung. Da wir die Erfolgsgeschichte natürlich der Schlüsselfigur von Nikola jetzt hinter uns haben, kommen wir zum Unternehmen selbst. In 2016 haben sie einen absolut funktionsfähigen elektrischen Truck vorgestellt, der absolut funktionsfähig ist und kein Vorführtruck ist, sondern total funktionsfähig. Das hat er natürlich auch in Interviews so gesagt. Und er hat 30 Mal wirklich darauf hingewiesen, dass dieser Truck funktionsfähig ist und kein Vorführtruck. Jedoch hat sich später herausgestellt, dass dieser Truck nur ein Vorführwagen war, der nicht funktionsfähig war. Dann hat er natürlich den Donald Trump gemacht und gesagt, er hätte es nie behauptet. Jedoch gibt es davon Tweets, Videos von der Präsentation und die Interviews, in denen er immer wieder darauf hingewiesen hat, dass dieser Truck funktionsfähig ist, kein Vorführmodell ist und dass er funktionsfähig ist. Gleichzeitig haben sie so wörtlich den heiligen Gral der Wasserstofftechnologie entwickelt, nur um sechs Monate später gratis Erdgas zu den 5000 Erstbestellungen dazuzugeben. So als Geschenk obendrauf. Jetzt fragt man sich natürlich, wie ein elektrischer Truck, der mit Wasserstoffwert Erdgas jetzt braucht, aber vielleicht will er ja auch seine Erfahrung von Dehybrid etwas einbringen. Aber machen wir weiter. In 2017 war es dann soweit und der erste Nikola Truck hat man endlich mal in Bewegung gesehen. Dafür haben sie einfach den Truck genommen und einen Hügel runterrollen lassen. Dann etwas später haben wir auch noch ein Offroad-Auto vorgespürt, nur um eine Woche später wieder nie davon zu reden und sie haben das ganze Projekt eingestampft. Im April 2019 wurde behauptet, dass die Firma nun völlig unabhängig vom Netz sei, da sie jetzt eine große Solaranlage auf dem Dach haben. Nur doof, dass es Google Maps gibt und Leute, die da vorbeifahren und dort kein einziges Solarpanel auf dem Dach ist. Im November 2019 hat er dann eine Batterien-Technologie zugekauft, die Milliarden wert ist und das gerade mal für eine läppische 56,5 Millionen Dollar. Da macht er anscheinend gerade ein Schnäppchen, nur dieser Deal kam nicht zustande, als man rausfand, dass diese Firma, die er kaufen wollte, Sackgo war, deren Chef gerade eine Klage am Hals hat, weil er auf Kosten von Nasas Spesenkonto sich ein paar Minuten bestellt hat. Natürlich hat diese komplette Technologie auch gar nicht funktioniert, aber zur Verteidigung von Trevor Milton und Nikola, der Typ hat Nasana dazu gebracht, ihn ein paar Minuten zu spendieren. Nach dieser grandiosen Erfolgsgeschichte sind sie nun am 4. Juni an die Börse gegangen, ohne bisher einen einzigen Truck vorgestellt zu haben, der jemals funktioniert hat. Jetzt hatten sie aber auch natürlich nach dem IPU einen guten Trick gefunden, um billig Wasserstoff herzustellen. Nur um später zuzugeben, dass sie gar keinen Wasserstoff bisher produziert haben. Aber sie haben ja auch einen Wasserstoff-Experten in ihrem Team, seinen Bruder. Ein Handwerker, der natürlich keine Ahnung von Physik hat. Aber dieser wird natürlich die Wasserstoffproduktion revolutionieren. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Etwas später haben sie einen Wechselrichter noch gezeigt. Und hier haben sie natürlich nicht einen eigenen entworfen, sondern sind einfach nur in den nächsten Shop gegangen, haben sich angekauft und haben einmal das Logo von der anderen Firma mit Panzertape abgedeckt. Und um diese Erfolgsgeschichte nun einmal noch den krörenden Abschluss zu geben, Nikola hat bisher keinen einzigen Truck verkauft und gar keinen Umsatz gemacht, bis auf natürlich die Solaranlage, die sie auf dem Dach des Chefs installiert haben. Vielleicht ist es ja dann mal irgendwann so weit, dass er einen Truck mit Erdgas, Elektrizität oder Wasserstoff rausbringt, der auch mal etwas weiter rollt. Das soll es aber bis jetzt gewesen sein. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.